Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich habe gerade übelst den Fail gestartet, sage ich euch. Ich besele mich gleich. Alter, das ist mir noch nie passiert. Oh mein Gott, ich habe einen Knarr, den werde ich zerbersten. Wo? Ich muss es mal so sagen. Den letzten Knarr, den ich auf meiner Land hatte, den habe ich eliminiert. Ich muss es mal so sagen. Also mir passiert das eigentlich selten, dass ich erst Audio starte und dann hier die Aufnahme, weißt du? Aber das war jetzt so übelst der komplett Blackout gerade. Vor allen Dingen, ich tue ja gerade irgendwo nur auf ein leeres und ich habe konstant jetzt gerade 70 durchgehend gehabt. Oh mein Gott, Knarr hat mich angegriffen. Ich frage mich, ob das richtig geil aussieht, wenn du da so ein 32 Zoll Ding hier stehen hast und tust ein Loller Vollbild. Ich habe hier ein 39 Zoll stehen. Also ich habe jetzt, heute habe ich bei Amazon einen gesehen, der hat 82 Zoll. Ich will ja nicht lügen, aber wenn ich den Preis jetzt sage, sagst du, ich habe eine ganz schöne Macke, oder? Du bist eh so ein kleiner Bunse. Nein, der kostet 45.000. Was macht der Yi hier? Der hat mich angezündet. Wie sag mal, ist der Yi Brain AFK? Deine Mutter hat das Spiel gelieft. Lasst... Auf, rauf! Oh, jetzt sind die schon hier bei uns am Tower, diese Hurensöhne. Ich benutze das Wort jetzt nicht mehr so oft, ne? Hurensöhne! Och, ich hasse das. Ich hasse das, was denn? Wenn er hier mit seiner komischen... Penis? Ja, ich bekomme Damage, ihr Hurensöhne hier. Okay. Wenn ich... Ja. Frag ich mich auch. Ich freu mich jeden zweiten Sonntag im Monat. Was denn? Was hat denn Olaf zu mir gerade gesagt? Oh. Ich hab ja hier einen Skin von, äh, 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 MK-Lol. Das ist sogar legal, wollen wir gleich mal dazu sagen. Ja, weil ich den Skin nur sehe und kein anderer. Und da ist halt alles mit dabei. Und er hat gerade nur noch zu groß in den Ideen. Ne, das ist aber, das ist aber auch von Riot so. Ja? Ja, Riot lässt das zu. Hast du die Beschreibung noch nicht gelesen? Nö, zu faul, als ob ich mir irgendwas durchlese. Ne, das hab ich mal irgendwo gelesen, Riot lässt das zu. Weil das ist ja... Du tust ja in dem Moment nicht das komplette Spielveränderung. Also so wie hacken oder sonstigen Shit. Ne, ist ja eigentlich nicht. Du siehst ja das nur, kein anderer. Ja, deswegen... Es gibt ja auch keinen Spielvorteil. Ne, du hast eigentlich wirklich keinen Vorteil. Ich hab'n Vorteil, ich seh'n Skin. Ne, gut, aber das... Was das gehört, Alter? Alter! Och, Chaco. Ich hab grad übelst den Failcrap geschoben. Chaco, das ist so eine Miss-Rate. Hab' ich auch gesehen, den jetzt seh' ich grad. Also, es ist doch keine Missgeburt, weil ich den krieg. Ah, cool. Werde euch zerbersten! Nami wird gleich wieder was werfen. Oh, das geht mir grad so auf den Sack mit der losen Kamera. Da komm' ich nicht mehr hinterher so schnell mit der Maus. Ich hab schon mein erstes Item. Also, was ich brauche. Oh, dass man meine Schuhe auszieht. Ich hab' meine Schuhe noch. Ich glaub', ich hab' grad... Kna, ich komme. Hm, ich... Oben die Statistik. 2-2. Ich hab' zwei Kills und zwei Tote. Hm. Hm. Wer hat jetzt gefeatet? Ich nicht. Halt' die Schlauze, ich hab' grad Failge-Crap zum zweiten Mal. Du bist ein Support, dass er steht. Ähm, pass' mal auf, wenn der Supporter erst mal nen Kill macht. Äh, soll vorkommen. Der kommt einfach nicht weg von meiner Axt. Nö, nö. Na gut so. Aber wenn ich die Axtwerfung wieder einsammle, hab' ich die Axt wieder. Nö, nö. Frag' mich, ob's so'n Skin gibt, wo der Dildo's wirft. Komm zum Riesen-Dildo auf sich zugeflogen. Ja, Mann. Wie in Z2, wenn du da hier mit den Baseballschläger Dildo hochgehst. Deine Mutti, du gehst nicht in das Gebüsch. Scheiß Hurensohn. Ähm, ich benutze das Wort wirklich grad' häufig. Dildo? Nö, nein, das H-Wort. Ah, fick dich, ich stand da grad' so schön. Das war das F-Wort. Was, Jude? Der war gefailt. Hallo. Hallo. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir? Very nice. Cool. Ach, auch very nice. I have heute sleeped fast drei Stunden at my Lehrgang. So lange? Ja, Mann. Die war vier Stunden nicht da. Na, was willst du denn sonst machen? Hallo? Wenn du auf Lehrgang bist, arbeitest du nie produktiv. Nie. So, Lehrgang. Na, an der Arbeit kann ich das nicht machen. Wenn ich da zehn Minuten mal auf dem Klo bin, da kommt gleich hier... Wo war ich denn so lange? Scheißen. Ja, aber weißt du, der Lehrmeister, der ist meistens dann, was weiß ich, äh, eine Viertel-Stunde, Viertel-Bis-Halbe-Stunde auf den Scheiß-Raus verschwunden, weißt du? Ach, er springt auf mich drauf und ich sterbe. So ein... So ein Uhrensohn. Diesmal hast du es gesagt. Ich hab Uhren... Ich wollte, ich wollte diesmal sagen, so ein Spast. Ich benutze das Wort Uhrensohn einfach zu kom... Uhrensohn einfach zu kom- zu konventionell, mann! Erstmal teleportieren, um mir an meinen Farm zu holen. Alter, ich hab den S0 grad richtig in den Arsch gerettet. In dem Moment habe ich hier F gedrückt, weißt du, wo Heal ist? Hm. Ich hab Ulti. Soll ich vorkommen. Naja, ich wollte eigentlich den... Kill stealen, aber ich hab's dann doch gelassen. So, jetzt lass ich mal Knall groß werden, vielleicht denkt er dann, er kriegt irgendwas hin. Meinst du, dann hat er die Balls. Na, jetzt kommt er an, wirft mit seinen Stein. Oh mein Gott, er kriegt mich. Er hat mich angezündet. Scheiße, er zündet dich an! Er zeigt dir eindeutig, dass er die dickeren Balls hat. Willst du ein Supporter-Battle, du verlierst? Ich brauch mal Hilfe. Der hat mich grad voll Damage gezogen, der Tiefe. Er kommt von hinten. Schwuchtel. Sehe es. Schwuchtel! Ich greife ihn jetzt einfach mal ein. Ich müsste eigentlich mir langsam so ein Soundboard zulegen, weißt du? Jedes Mal drück ich da das Knöpfchen, wenn einer von hinten kommt. Gay? Warte mal, warte mal, guck mal. Was könnte das heißen? Shut the fuck up, motherfucker. Bloß sensiert. Naja. Boom, shakalaka. Ah, ich hab mal Bock, ich komme mal zu dir. Gut, ich finde ich voll nice. Ich trinke einen Schluck Kaffee in der Zeit. Wer warst, komme ich überhaupt zu dir? Weiß ich nicht. Ich kann nicht viel runter. Der kriegt Quits. Ähm. Oh, geil. Harald drückt mir. Oh, Gott, es weh. Oh! Der ist ja auch noch da. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Der war weg. Scheiße. Nee, falsches Item, oder? Nee, ich muss mir erst das. Alter. Very, very nice bitch. Ach, Manno! Also mach ich das. Man schreibt, sorry, nur mit einem R. Werd nix bedeuten, Alter. Kein Problem. Klasse, das ist ein Problem! Scht! Tell me what is your problem, bitches. Ihr könnt mich nicht festnehmen. Mein Dad gehört der Laden. Ich kriege hier ein little problem. Das nennt sich Tristana. Ich glaub, er kriegt mich. Alter, der holt sich doch Rüst um die Missgeburt, oder? Wer denn? Klar. Ja, er holt sich Rüst. Na klar, wenn du Rüstung hast, bist du King. Ich kriege hier gleich ein little problem. Ich kriege hier gleich ein little problem. Oh. Oh. Fuck. Fuck off! Geiler Shit, Junge! Ich bin einfach geil! Wir machen grad Drake. Gut. Okay, ich bin back. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 viele. Außen. Oh, ich hab nen Red Buff. Nice! Ich spiel 4, 5, 4. Das ist doch wieder peinlich. Ich spiel 1, 0, 2. Halt die Schnauze. Ja, und? Du hast wenigstens keinen Tod. Ich hol mir jetzt einen Red. Der hier macht ihr nichts. Willst du meinen? Ich würd's dir anbieten, aber das Problem ist nur, ähm, wie? Wie soll ich dir den übergeben? Ja, aber nicht töte denjenigen dann. Achso. Soll ich mal hochkommen? Mein Kaffee ist leer. Na, Leute, wir haben's abends nach um 6 und ich hab nen Kaffee. Das kann doch nicht wahr sein! Hier, jetzt hol dir den! Er kloppt auf ihn drauf. Och, komm, du hast ne Kuh, hier. Du hast ne Kuh! Du bist so minder bemittelt! Oh, da hab ich schon gedacht. Oh! Oh! Du hast grad gesagt, minder bemittelt, ne? Ja. Ich such grad Gegner, oh. Ich hab grad nicht hingeguckt, ich hab grad geheult. Oh, Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Sag mal, welcher dumme Schfacken macht denn immer hier den... Oh! Da ist ein Wischen. Ach, fuck you. Der kann ja gar nicht. Wer, der Espr? Der Chaco. Wenn du mal Langeweile hast, kommst du mal bot. Wäre nett. Na, ich komm jetzt bot, ich hab keine Lust auf dem. Weil die sind da. Ich bin voll on the rail. In 6 Sekunden hab ich dann wieder Ulti, also... Komm mal runtergedangelt. Na, komm mal an meinen Tower ran. Da mach ich dich kaputt. Du scheiß... Mach ich dich Messer? Ne, mach ich dich Faust. Da bölz ich dich. Ah, du kommst grad entgegen. Cool. Boah, die rennen ihren Tower ran, die Schwuchteln. Halt die Schnauze. Der Tower hilft ihnen auch nicht sehr viel, wenn ich komm. Oh. Warte, ich komm oben rum. Ich komm oben rum. Lock die irgendwie da lang. Irgendwie hat er denn den ist kaputt gemacht. Ich nicht. Und Versuch Nummer O. Meins. Mach kaputt. Danke. Geht's wieder hoch? Na, warte. Ich helfe dir noch mal in der Axt. Wollen wir ein bisschen leben. Ghetto. So, jetzt würde ich sagen, machen wir den noch weg und dann geht's los. Vorsicht, der Knarr geht auf Mitte. Der Knarr hat meinen Tower geholt. Ja dann, los, Mitte, Knarr wegmachen. Voll dabei, ich hol mir noch schnell den Gegner schon red. Die fühlen sich auch ganz schön verarscht auf der Mitte, oder? Hm, wo kommen die ganz hin? Oh, 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 top, 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 top. Ich hab nur gesagt, top. Ja, der hat fast erwischt. Der ist reagiert auch nicht auf die Reihe. Der kann eh nichts. Den hab ich eben mit vier oder fünf Schlägen geholt. Ach. Ich fang ihn ab, ich fang ihn ab. Lock ihn irgendwie. Na, ich geh an den Tower. Oder ich, oh, ich zerre den Tower. Das wäre ne Maßnahme. Ich krieg dich. Ach, fick dich. Der ist irgendwo in den Jungle reingehübt. Genau. Weißt du, wenn Inkompetenz ein Wort wär, wärst du der Erste, der es kriegt. Und ich erst recht, weil ich grad richtig scheiße dem Move gezogen hab. Okay, ich bin mal wieder Mitte. Mach das. Oh. Kommst du? Komm mit, jo. Ist der Bluter, guck mal. Ähm. Ja. Meiner. Finger weg von mein Cracky-Heil. Warte mal, ich will mal was probieren. Warte mal, die Triss. Die Triss. Was ist denn mit der Triss? Ach, nichts. Ich will ne mal. Ja, lock die mal irgendwie. Ich fang sie hier unten ab. Ne, ne. Komm her. Sonst kriegt der hässliche Yee den Kill. Ja, ich bin doch da. Siehst du. Ach. Ja, Ezreal, du bist doch so die Inkompetenz vom Lande wieder. Ey, ma. Mann, 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 Mann. Komm mir, Jaco, gib den Friekel. Wenn du meinst. Friekel. Ja. Ganz eben vorhin auch die ganze Zeit. Ich mein doch nur, Mann. So, jetzt muss ich aber mal ein Item umkaufen mittlerweile. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Krieg ich ein Assist? Okay. Oh, ich lauf schon mal. Ich lauf über die Lane drüber und du kommst von unten. Ja, der geht an deinen Tower ran. Also von daher kannst du ein Stück hochkommen. Am besten gehst du von hinten her ran und nicht von vorne her. Das kam falsch rüber. Der hat so ein hässliches Ding da stehen. Ist mir doch egal, ich hol ihn. Wo ist er? Nein, der kommt ja runter. Der ist gerade ins Gebüsch rein. Da ist er. Ja, ist gut. Okay. Habe ich den Arsch gerettet? Doch, leben. Wow. Ich sterb ja. Wenn du mal kurz wartet. Oh, nein. Oh, ich hab 2300. Ich geh mal weg. Jetzt weißt du, was ich hatte. Ich hatte eins. V-Aufers 2. Weißt du, erst eins. Ich hatte Aufers 2. So ich mir das? Am besten ist, wenn du dir auch Rüstung kaufst. Ein bisschen. Ich bin auch dabei. Ich hole mir jetzt den Sonnenfeuerumhang. Ich tue mal kurz Barrow in Warden. Mach das. Ich geh mal schnell auf die Top. Farm Creepen. Warden. Was? Farm holen. Ja, Farm. Okay. Holen eigentlich Knar. Weiß ich nicht. AFK? Ja, wie es aussieht. Oh. Es lag. Oh, jetzt fängt das wieder mit den Lecken an. Ich muss nicht mehr konstant bleiben. Nein. Ich trete dir die Seele aus dem Mund. Na ja. Wir haben gerade Drake mal wieder gemacht. Soll vorkommen. Ja. Vielleicht geben sie auf. Ist das Game schnell rum. Ich würde sagen, wir haben jetzt 20 Minuten, können wir ja langsam Barrow in anfangen. Ich bin Level 10, willst du mich verarschen? Was mach ich denn eigentlich die ganze Zeit dumm rumstehen oder wat? Kann sein. Mein Farm. Da bin ich eiskalt, da kenn ich nix. Mein Farm. Boom. Ulti. Ist du jetzt so scheiß Tower? Auf die Fresse oder was? Ich weiß nicht, was du willst, Junge. Ich komm mal zu dir, Junge. Oder kommst du mit? Ich bleib hier. Kommst du nicht mit? Tristana killen. Ne, ich mach hier die ganzen Tower jetzt erstmal nicht. Den killen jetzt zu sehen müssen, weißt du. Der Ezreal stirbt. Ich komm an. Weißt du, Wege drückt. Renn richtig schön hin. Und auf einmal Tristana low. Ich ulti. Puff. Tot. Geile Beschreibung, gell? Ich komm mal top. Ich renne. Hier sind Minions. Guck mal. Oh. Motherfucker. Ich bin sofortig, ey. Die ganze Zeit. AFK? Weißt du? Weißt du, was jetzt gleich kommt? Er stirbt. Lass ihn sterben. Nein, Mann. Ich will ihn kill. Lass ihn aber vorher sterben. Ey. Ach, fick dich. Ich hol sie mir jetzt. Äh, da drinne. Ich würde sie rauscrappen, wenn ich sie hinkriege. Ja, ich brauch noch ne cooldown, ne kurze. Scheiße. Jetzt kriegst du immer noch. Ne, die ist weg. Ich seh sie nicht. Nice. Halt der Bomber auf sich. Geh weg. Die hat ja mal gar kein Damage gemacht. Oh. Hm. Hm. Warum nicht? Warte mal. Wir warten jetzt auf die Minions und machen den Tower. Ne, ich mach den Tower. Keine Sorge. Ja, Sichi. Oh. Ich komm da nicht mehr weg. Mach weg. Mach kaputt. Ich will ein erstes. Danke. Du scheiß KSer. Die reporte ich eh. Also das ist ja Hardcore KS. Ich spring rein, wenn du ihn schon verstaunen hast. Oh, ich hab 3000. Ja, so ging's mir auch grad. Ich hab gesehen, ob 2000. Da könntest du ja mal langsam was kaufen, ne? Na, fast hätte ich sie gekriegt. Ach. Nimm's nicht. Nimm's nicht so eng. Jetzt war der E-K- Ne, gut, die sich nicht KS. Du bist jetzt gestorben, also. Naja. Ich sag nix dazu, ne? Gut. So. Jetzt können mich alle im Arsch legen. Jetzt kriegt mich keiner mehr. Zumindest so schnell nicht. Ah. Da müssten schon fünf Gegner kommen, aber die sind ja nur zu dritt. Lass mal Baron ziehen. Ja, ich bin noch nicht voll der Kripp. Ich hab grad mal zwei E-Tipps. Oh, ist so scheißegal. Die sollen sich alle hierher pissen. Jetzt, man. Ich wort noch schnell und dann geht's los. Hast du dir ein Wort gekauft? Was, das Item da? Klar kannst du's kaufen. Das Ding, was hier oben steht, das ist... Oder ist das, was ich mein MK... ...dass das das Aussehen so hat. Oh, ich weiß nicht. Ich hab das durch mein MK, weil ich hab das geändert. Beispiel, ich hab aber nicht mehr die normale Maus, sondern so eine Skelett Hand. Ah, dann kann das dadurch sein. Ja, das waren extra Einstellungen. Ne. Auto-Hit. Nuh mir doch schnell den Red. Oh Mann, jetzt muss ich warten, bevor ich wieder pingen kann. Ja, auch ping. Können wir jetzt mal langsam... Warte auf die anderen. Oh, der geht doch eh nicht. Oh, hast du den Damage gesehen? Ja, Mann. Oder den Damage. Oh ja. Oder den... Oh, ich hab zwei Hits gemacht. Ach, drei. Komm, wir warten noch auf unsere... Sag mal, was seid ihr eigentlich von Mongos? Oh Mann. Oh Mann. Hui. Hä? Ich hab gar kein Damage gemacht. Ich glaub, die ist er vor aufgekommen. Sofort. Oh, ich mach ja automatisch Damage. Ne, ich wollte noch nicht anfangen. Ja, ich mach automatisch Damage. Ich steh hier drin. So, der Yi ist da. Wir können loslegen. So. Der Yi fehlt ja eh nicht. Jetzt auf die Bugs. Ja, dann machst du halt mehr Damage. Ich tank auf jeden Fall nicht die ganze Zeit. Ich auch nicht. Ich hoffe, der Yi stirbt vorher. Ups. Na, wollen wir back oder wollen... Oh, komm, wir machen weiter. Na, ich hol mir mal eine Lane. Na, hol du dir deine Lane. Ich geh auf die Mitte und hilf. Na, guck mal. Guck mal. Ein Ming in Lid da oben noch. Der ist ja richtig ghetto, sag ich dir. Oh, je, du bist die Inkompetenz vom Land wieder gewesen. Meine Güte. Mach doch mal den Tower kaputt. Ne, ich bin pro Seite und Herr des Prozeans. Was ist das gehört, Alter? Junge, ja, Mann. Mach's kaputt. Mach's Foto, mach's Facebook. Der Tower ist ja da unten immer noch geiles. Ja, Mann. Das tut mich irgendwie grad ganz schön stören. Oh, guck mal. Ach, fuck you off. Wer will mich hier... Wer will mich hier eigentlich... Irgendjemand mal hier aufhalten oder so? Oh, meine Fresse. Ohne Scheiß, was kannst du eigentlich? Oh, ich geh. Ich geh da runter. Wollen wir erst mal back gehen? Na, komm. Oder wollen wir weiter pushen? Ist eure Sache. Ich geh weg. Okay. Bin ich dabei. Ich geh bis zum Jungle. Sind wir dabei? Ich geh noch ein bisschen. Finish, please. No. Warum? Wir sind ja noch grad zu Premium. Was willst du denn da finishen? Ich muss sagen, ich bin richtig flott gerade unterwegs. Doppeltötung, die erholst du dir alle? Alter. Weil, guck mal auf die Stats, wie wir grad spielen. Kenn ich schlimmer. Na gut. Ich sag mal, wär's 35-1, da würde ich mir Gedanken machen. Ich hab ja schon sechs Tote. Ich hab hier die weißen Tote wahrscheinlich. Ich hab hier die weißen Tote wahrscheinlich. Oh, Wichser. Ich wollt mit aufs Bild. Ihr seid halt alle scheiße. Bin mit auf dem Bild. Fäck dich doch einfach. Oh, Brich. Na gut, auf jeden Fall. An der Stelle würde ich sagen, das war's. Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ja, ich geb dir Team Guest. Okay, auf jeden Fall. Bis dann. Haut rein. Ciao.